Hallo und herzlich willkommen bei der Lorenz Energie GmbH in Gründau-Lieblos. Mein Name ist Mike Lorenz, ich bin Elektromeister und Solateur und Geschäftsführer der Lorenz Energie GmbH. Zurzeit haben wir 43 Mitarbeiter und werden 2022 unser 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Aktuell sind wir auf der Suche nach erfahrenen Elektronikern, Elektroinstallateuren, PV-Monteuren sowie Anlagenmechanikern. Ich möchte euch daher gerne kurz die Lorenz Energie und die verschiedenen Stellenangebote vorstellen. Als Fachbetrieb für energieeffiziente Gebäudetechnik und Elektromobilität suchen wir mindestens einen erfahrenen Elektroniker, Techniker oder Meister für die Montage, Prüfung und Service von Stromtankstellen. Sowie für die Verkabelung und den Anschluss von Nebe-Wärmepumpen. Gerne lade ich euch jetzt in unsere große Ausstellung und Showroom ein. In unserer Elektroabteilung suchen wir Elektroinstallateure oder Elektroniker mit Berufserfahrung für alle Arten von Elektroinstallation. Toll wäre es, wenn du wie wir ein Free-at-home-Fan bist und generell auf smarter Elektroinstallation stehst. Erfahrungen mit der VDE, Anwendungsrichtlinie 4100, Zähler-Schrankaufbausysteme inklusive Multimediafeldern sowie Grundlagen der Netzwerktechnik wären vorteilhaft. Für die Montage von Photovoltaikanlagen aller Art suchen wir erfahrene PV-Monteure, die mindestens zwei bis drei Jahre PV-Dachanlagen montiert haben. Ebenfalls erfahrene Dachdecker oder Gerüstbauer, die Lust haben, sich zum PV-Spezialisten weiterzuentwickeln. Für unsere größte Abteilung, die PV-Spezialisten, suchen wir Elektroinstallateure oder Elektroniker mit Berufserfahrung. Für den Anschluss und Inbetriebnahme mit Prüfung sowie Service von Photovoltaikanlagen und Speichersystemen, Energiemanagementsystemen und Stromtankstellen montiert. Tolle Anlagentechnik, die euch ganz sicher begeistern wird. Sehr glücklich wären wir auch über einen neuen Mitarbeiter für unsere SAK-Abteilung. Seit 2019 montieren wir ausschließlich Wärmepumpen und sind gleichzeitig Niebe-Effizienzpartner sowie Niebe-Ausstellungs- und Schulungszentrum. Über eure Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen würden wir uns sehr freuen. Weitere Infos könnt ihr auf unserer Webseite www.lorenzenergie.de-stellenmarkt finden. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund, euer Mike Lorenz.